Wie ihr wisst, zeichne ich total gerne und das Wichtigste am Zeichnen ist ja, dass man viel übt. So wie Niki und Kano in Nacht ohne Namen. Die fahren ja mit der Ringbahn immer einmal frühmorgens ganz rund um Berlin und zeichnen die Menschen ab, die noch ganz verschlafen sind und deshalb hoffentlich nicht merken, dass sie gezeichnet werden. Und ehrlich gesagt, das gleiche mache ich auch ab und zu. Ich habe damit angefangen als Jugendliche und das ist wirklich eine ziemlich gute Art, um das Zeichnen zu üben, vor allem auch das schnelle Skizzieren von Personen. Wenn ihr jetzt auch gerne zeichnet, dann könnt ihr so eine Zeichenstunde mit mir gewinnen. Ich glaube nämlich, das wäre zumindest für mich total inspirierend, mit anderen Leuten zusammen zu zeichnen morgens. Alles, was ihr machen müsst, um mitzumachen an diesem Gewinnspiel, ist eine Zeichnung anfertigen, die irgendwie beeinflusst oder inspiriert ist von Nacht ohne Namen, was ihr bisher auf dem Blog gelesen habt. Das kann also einfach eine Zeichnung sein von den Figuren oder von einem Schauplatz, eine Szene oder irgendwas, was ihr glaubt, was noch passieren wird in der Geschichte oder was passieren könnte. Das bleibt euch total überlassen. Diese Zeichnung könnt ihr dann auf Facebook auf meiner Seite posten oder mir in einer privaten Nachricht schicken. Wenn ihr Facebook nicht nutzen wollt, dann könnt ihr auch auf diesem Blog einfach eine E-Mail schicken, an die E-Mail-Adresse, die ihr hier irgendwo findet. Genau, und einer von euch, oder ich weiß gar nicht, wie viele können da mitmachen. Ich muss noch mal den Verlag fragen, wie viele Leute da eingeladen werden können. Die können dann einfach mit mir zusammen zeichnen. Ich hoffe, dass viele von euch da mitmachen und ich bin schon sehr gespannt auf eure Zeichnungen. Also, bis dahin, fleißig üben!